Seid nicht so egoistisch mit eurer Liebe. Haut auf diesen Like-Button. Nein, warte mal, ihr könnt ihn auch streicheln. Leicht antippen. Hi Caro, du hast heute gesagt, dass der BTC auf 17.000k bis 20.000k herunterfallen könnte. Was ist deine Einschätzung, wann das passieren könnte? Kuss, Bully. Ja, mein Lieber, das ist sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Wir haben in den letzten Bullruns das halt so gehabt, dass wir mindestens fast bis ein Jahr, bis über ein Jahr, ein kleines bisschen über ein Jahr warten mussten, bis wir von dem Top, was wir bei Bitcoin gesetzt haben, runtergegangen sind in den Tief. Schauen wir uns das einmal hier an. Wie lange hat das ungefähr gedauert, als wir das Top beim 2017er Bullrun gebildet haben, bis zum Bottom, also vom Top bis zum Bottom hier, hat es ungefähr 413 Tage gedauert. Was haben wir dann vom Top bis 2017er Bullrun gemacht, bis so runter zum Tief nach dem 2017er Bullrun? Das war hier, wie viele Tage waren es da? 368 Tage. Das heißt, bei beiden waren wir ein bisschen um die ein Jahr lang herum. Wenn das jetzt schon der Top gewesen sein sollte, was ich glaube, und wir einfach mal ein Jahr nach vorne gehen, ungefähr, natürlich müssen wir uns viel mehr Indikatoren in der Zwischenzeit angucken. Wo wären wir das? Das sind schon 500 Tage. Also gehen wir mal hier irgendwo in die Mitte, sagen wir mal 380 Tage, so ungefähr. Das wäre November diesen Jahres. Also November in diesem Jahr sollten wir ungefähr den Tiefpunkt erreicht haben. Also ich würde sagen, Ende diesen Jahres wahrscheinlich. Verändert sich das, haben wir jetzt Langfilling Cycles, kommt ganz entgegen dem, was wir vermuten, doch ein neuer All-Time-High bei Bitcoin, dann müsste man das von dort aus bemessen. Hält sich das dann immer noch so, wie es auch in der Vergangenheit sich gehalten hat, dass es ein Jahr lang oder ein bisschen mehr dauert? Sehr, sehr schwer zu sagen. Sehr, sehr schwer zu sagen, sowas. Aber wir haben viele andere Indikatoren, auf die wir dann achten können, wenn wir in Richtung runter sind, worauf wir dann achten können, die uns eventuell den Trigger, den Auslöser dafür zeigen, dass eventuell wir in Richtung Tiefpunkt gehen und uns dort befinden. Und dort werden wir den Einkauf dann tätigen. Aber dazu gibt es mehr auf jeden Fall in einem Kurs, was wir euch anbieten werden. Und wenn es soweit ist, werden wir nichtsdestotrotz auch trotzdem euch mitteilen, wie wir darauf gekommen sind. Also wir werden das so transparent wie möglich gestalten, damit ihr auch sehen könnt, hey, auf die und die Art und Weise, so wie wir es eigentlich immer machen, wir sagen euch nie, oh, das ist der Höhepunkt und es ist halt so Bauchgefühl. Ich habe heute Bohnen gegessen, hatte in der Toilette so und so gerochen und darum, aufgrund dieses Bauchgefühls, wird er diesen Preis erreichen. Habt ihr bei uns nie. Wir erklären euch genau, wie wir darauf kommen und ihr könnt dann erscheinen, lächerlich, was der da gerade macht, oder hey, macht Sinn, finde ich richtig, würde ich auch bei meinen Entscheidungen auf jeden Fall mit einbeziehen, seine Sichtweise. Und wenn wir da auch verschiedene Theorien anwenden, auch von anderen Chart-Analysten, die wir gerne manchmal zusammen mischen miteinander und unsere eigenen Strategien daraus entwickeln, dann teilen wir euch das auch mit. Daher, bei uns werdet ihr halt volle Transparenz haben. Warum und auf welche Art und Weise wir welche Entscheidung getroffen haben. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Denn ich hatte das zum größten Teil nicht, als ich 2017 in den Markt kam. Und bei den ganzen YouTubern dann, die haben einfach nur gesagt, der geht zum Mond. Warum? Ja, gute Fundamentals. Aufgrund von guten Fundamentals wird irgendwann jeder Coin durch die Decke gehen. Aber kurzfristig gesehen machen Fundamentals überhaupt keinen Sinn. Es interessiert überhaupt nicht für kurzfristige Preisentwicklungen, wie gut die Fundamentals sind. Überhaupt nicht. Da gibt es mehrere Coins, die das beweisen. Womit uns BitWave überzeugt hat, ist, dass sie EU-reguliert sind, Echtzeitüberweisungen, absolut gebührenfrei akzeptieren, eine große Auswahl an diversen Kryptos, mit wirklich fairen Preisen hat und weltweit mit die günstigste Exchange ist, was Handelsgebühren betrifft. Die Registrierung ist innerhalb von wenigen Minuten abgeschlossen und mit unserem Link in der Beschreibung kannst du die ersten 1000 Euro komplett gebührenfrei handeln. Registriere dich jetzt bei BitWave und profitiere von den Vorteilen.